Ja, auf geht's zum Megaman Unlimited. Diesmal gegen... Ich hab keine Ahnung. Äh, wer Clubman oder Nelman? Ach, geh mal auf Nelman. Der Nagel. Der Nagel des Todes. Äh, ich hab die Yoko Man Stage schon gesehen, aber das wird schon richtig... Wow. Die Stage ist, ähm, von Yoko Man Stage, ey, wow, du mal. Da hab ich schon ein bisschen Angst davor. Hallo, Mutuals. Die in 3x auf 3 verteilt. Und du schießt ja in einmal gerade, einmal schräg. So, was ist die... Oh, hallo. Das ist nett. Sag mal, wie Schrauben hab ich denn? 76, okay. Hattest du mich weniger? Ja, in der Tat. Da hätte er hochgehen sollen, ne? Ja. Eigentlich bin ich mit Rush zu hoch, halt. Ne. Das war dumm gesetzt. Oh, Rush. Das ist möglich. Oh, wunderbar. 122. Da haben wir ja, du Nagel. Aha, Mann. So, Nagel ist weg. Wunderbar. Ja, ich bin ein bisschen konstatierter, weil es sublime ist und so. Oh. Oh, oh. Ich hab das Befürchtung. Ja, es ist Gutsman. Oh, schön. Gutsman-Gimmick. Ich hasse den euch. Ja, war mal da rum, da rum, da rum, da rum. Also, das sieht, die Stage sieht schon mal einfach aus. Rush jetzt wäre nicht schlecht eigentlich. So. Oh, Gott. Lowjumps, ey. Das kann ich doch gar nicht. Spiel. Ich glaube, es ist eher Death Spikes. die mehr energie nein gibt mir doch energie hier gibt mir energie das gehe ich nicht weiter ja ich lasse mich voll treffen nice shot nice shot ganz ehrlich da war gerade energie ich weiß nein spread up wunderbar haben wir das auch schon mal ausgetestet wunderbar schön zu wissen ist da kassel aber da hat man nicht wie sehr krasse ja machen wir das halt so Ah, komm. Ah, Energie. Danke sehr. Komm, gib mir Energie, bitte. Auch Schrauben sind auch wichtig. Gib mir Energie, bitte. Na, komm. So, da bin ich ja da. Es ist nicht viel, was da passiert eigentlich. Nur, ich habe das gerade eben so nebenbei gesehen, dass meine Aufnahme gestoppt ist. Was heißt gestoppt? Äh, X-Split hat sich aufgehängt. Aber zu Glück habe ich das gerade noch bemerkt. Es ist nicht viel, äh, nichts Schlimmes passiert. Das habe ich auch nicht weiter gemacht, außer vielleicht ein bisschen... Ich glaube, ich habe eine Schraube gefunden, nur so. Sonst ist da nichts weiter passiert. Ja, das ist schön, dass ich nebenbei... mich selbst sehen kann und nebenbei... Oh, ich zeige dir. Warum nicht? Ähm... Wie ich selbst gesehen habe, also. Von daher ist es alles in Ordnung. Ähm, ich kann da nicht... Ich weiß nicht, warum manchmal X-Split dann oder sie wegkennen oder irgendwas stoppen tut. Und, ja. Und, ja. Und Schraube. Ich brauche die Schraube. Ja, momentan ist es nur gerade ein bisschen rumgefahren, aber ich möchte nicht... Wenn hier so viel Spot ist, dann... Ja, warum nicht, ne? Oh, ich bin schon voll. Okay. Da bin ich ja für richtig voll hier alles. Na, komm. Los, los, los. Gib mal her. Das war eine Schraube. Wie will ich haben? 130, okay. Ah, ich brauche eine Energie, bitte. Gib mir eine Energie. Also, die Name-Stage ist gerade mal richtig gut einfach. Also, ob das jetzt, ähm... Ich weiß nicht, ob es Comment Woman oder eher Shutterpoint ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ich kenne die Stage jetzt bis hierhin. Jetzt gerade eben vor 5 Minuten oder so. Oh, nee. Vielleicht nicht ein Nein dazu. Hallo, kannst du mir Energie geben? Nein, du gibst eine Schraube. Das ist auch sehr nett. Oh, feuchte Energie. Ne, Energie. Ja, da haben wir es doch. Oh, so eine kleine Energie. Gib mir eine kleine Energie, bitte. Ja, von großem Gedauern. Ähm, ich guck mal... Ja, ihr seht gleich Fraps eigentlich, oder? Nein, seht ihr nicht. Oh, schön. Schön, schön. Jetzt ist die Aufnahme wieder? Nein, doch. Ja, nein, nein. Gut. Wunderbar. Weiter geht's. Hallo, Mythol. Hallo, du. Oh, ja. Oh, ja. Das ist auch gar nicht gefährlich mit der Falle da unten, ne? Nee, nee. Oh, nein. Schüssen, Boss. Hallo, Schüssen, Boss. Hallo, Hammerman. Oh, Mann. Oh, ja. Ja, danke. Schön, dass du einfach warst. Gar nicht so viel Damage gemacht. Nein, bloß in. Ich bin auf dem Weg. Ja, das ist ein anderes Patrick. Ich bin auf dem Weg. 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 Nein! Wir kommen zur I wanna be the Mega Man. Ach ja, I wanna be... The Rockman muss ich noch spielen. Hm. Rechts gehe ich? Ich weiß nicht, wo der Midwaypoint ist. Ja. Flieg und Sieg. Uiuiuiui. Pfff. So. Ja. Bestimmt sind das Deathbikes und... Oh, ey. Ach, bei Midwaypost da, okay. Ich hab doch gewusst, dass es da Deathbikes sind. Also von daher war es ja nicht so schwierig herauszufinden, dass es sich um Deathbikes handelt. Hallo Schrauben. Vielleicht muss ich mir öfters mal diese Spikeboots holen. Aber der Sprung ist fies. Ob jetzt das... Warte mal. Ne. Ah, doch. Geht doch. Wunderbar. Weil... Oh. Gar nicht aus Sonic, äh... The Hedgehog 2. Wie heißt die... Metropolis, glaub ich. ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein nice G-Mick. Muss ich schon sagen. Also... Ich... Mir gefällt das. Ich muss... Ähm... Warten, bis das unten ist und dann hochschuldig. Ja. Oh nein. Oh nein. Hallo du, was auch immer sein sollst. Oh ja. Hm. Das kann nur mit dem Tankman... ... ... ... ... ... ... ... Oh, das Schrauben. Oder Nagel, besser gesagt. ... Das ist so einfach... ... weil... ... wenn man Sonic The Hedgehog 2 kennt. Gimmick also... Von daher. So. Hallo du! Muskeln ja gleich... ... wieder e-e-tanks sammeln. Oh Gott. Ab so. Ach danke. Oje, Mine... ... Oh, das war es gerade gewesen, eigentlich. So, wunderbar. So, wunderbar. Äh, was? Ah. Ah. Wenigstens wieder Energie. Okay, ich muss mal kurz das Pattern nähern. Das war kein Pattern. Das war auch kein. Ach, ach komm. Uiuiui. Gut, äh, nochmal versuchen. Ja, das klappt doch. Einen W-Tank möchte ich ganz gerne haben, lieber. Gehst du mit dem? Nein. Oh, ich hab ihn nicht aufgefasst. Oh, ach komm. Oh. Shit. Oh, Midway-Point, ey. Ich war froh, so froh gewesen, diesen Sprung zu schaffen hier. Ja, ich bin schon. Okay. Ich hab einen Käptor. Was ist ein Problem? Ich hab einen Problem. Ja. auch so geht auch so geht Kario 4 was gut Du warst sehr gesäuert. Oh ja. Die Spiel ist ja richtig einfach, wie ich finde. Jetzt was spielen hier, aber sonst ne. Oh ja. Guck mal, wie schnell das noch mal geht. So, den W-Tank möchte ich ganz gerne haben, aber trotzdem. Irgendwie. Oh ne. Rush, glaube ich, wird nicht. So. Gib mir doch den W-Tank einfach. Danke sehr. So. Oh ja. Kurz vor dem Boss sterben. Oh, das liebe ich. Das liebe ich zu, der war ein Megaman. Kurz vor dem Boss sterben. Und dann wirst du einfach mal 6000 Kilometer weit Entfernung Ich habe respawned, also mit Waypoint. Hallo Nermen. Oh, das macht Schaden. Denn ich möchte den E-Tank benutzen. Wie komme ich da runter? So. Okay. Weil ich shoppen nachher. Naja. Dut, dut. Ah, das ist schon... Aber jetzt nicht seine Schwäche, aber seine zweite Schwäche, glaube ich. Oh ja, wenn ich nicht aufpassen. Okay. Ich muss nur aufpassen. Nur die Nagel sind. Dann ist es halt alles in Ordnung. Dut, 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 dut. Ach, nehmen wir es einfach. Boah. Also, das könnte höchstwahrscheinlich der Starterpoint von jedem anderem sein. Ne, kann ich nicht. Schade. Ja, dann gehen wir hier, wenn wir jetzt zurück. Ach so, ne, man, das ist wirklich einfach. Die Stage, naja, bis auf zwei, drei Stellen ist es eigentlich recht machbar. Also, ohne zu sterben, mal. Vielleicht schaffe ich das, oh man, mal in Perfect Runs oder so. Oh ja, Perfect Runs, the last room. Das wäre nice. Komm mal her, du Nellman. Du bist eh gleich down. Oh Gott, oder ich bin gleich down. Eins von den beiden. Und down, wunderbar. Oh, endlich. Also, war wissentlichreich die Stage, muss ich schon sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Es fühlte sich so gut an. Es fühlte sich so ein normales Mega Man an. Oh, hallo, mehr. Bam. Joghurt. Nell shield. And rush yet. Oh, das ist nice. Ja, das könnte wahrscheinlich der Schalterpunkt von jedem anderem sein. So, speichern. Das ist das, das ist das. Delta, ja, auf dem Fall. Ich muss aber trotzdem nach dem Buchstaben mal gucken. Okay. Setz. Äh, hier kämen wir auch mal kommen. So, dann kommen wir einmal das hier. Alles tue. Yes. Yes. Komm. Was soll der Geiz? Dann haben wir das. Danke sehr. Oh, noch was. Safen. Safen sind immer wichtig. So, wunderbar. Sind immer gut ausgerüstet. Und einmal dürfen wir hier in den Deathsbikes reinknallen. Und ja, man sieht sich demnächst wieder. Ich hab keine Ahnung, wo die Buchstaben sind, außer bei Chapman. Wo sind die Buchstaben? Ich möchte gegen Jokumen-Stager kämpfen. Hm. Bis dahin.